Ah, nee, hallo, Hallöchen. Da bin ich wieder und mal gucken, was wir jetzt hier so auf die Reihe bekommen. Schickt das, ja, ist soweit. Ah, fuck. Anscheinend ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, 29.00 Uhr. Solide. Ähm, ich könnte gerade noch mal gucken, ich habe es noch auf. Ähm. Ah, ich habe mir gerade überlegt, wo kommt der Scheiß her, aber war ja ich selbst. Oh. Omnina. Komm in to the Omniscience. My path is clear. Prepare for battle. Hm. Hm. Scouting the way. Flanking. 30 seconds to battle. Oh. Trumps, Fragans, Shivas. Welcome to this adventure. And offline, okay. We embark for battle. This should make my life easier. Oh. 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 I'll not falter. Na, komm. Mensch, Support nehme ich mal an, oder? Scheiße. Hm. Dang. Woops. Oh. Ranges, you have more best on, huh? Oh. Oh. Wie schön! So schön! Gut überspringen, wäre ein bisschen krass, hm? Ah, verdammt, das ist krass. Ah, das ist krass. Ah, das ist krass. Oh mein Gott. Oh shit, that's too big. I'm under attack. Was ist die Frage? Wie ist er erst auf Radiance? Wir haben das nicht mit Blatt zusammenarbeitet. Ich glaub... Wow. Überraschung, da hat mich wer gesehen. Dang it. Okay. Ich gehe mal kurz zurück. A narrow path. Oh stimmt. Stimmt. Spellbreaker is charging. Okay. Okay. Oh Disruptor. Schade. Schade. In the vanguard. Yes sir. Scouting the way. When did the enemy top tower fall? Oh shit. Shit man. Okay. Nah. Macht so viel Schaden. Ups. Woah. Shit man. Nein, wäre cool gewesen. Es funktioniert nämlich. Woah. Woah. Hm. Your bottom tower is under attack. Say goodbye to your bottom tower. God dang it. From the dark pit of unknowing. To the eminence of omniscience. Stop peeing for fuck's sake dude. To the depths with your bottom tower is clear. Oh no. To the depths with your bottom tower is clear. Radiant thing. For the becoming. For the becoming. The enemy can save them. And the opponent can save them. And the opponent can save them. Attempting him. No. To the nightmare. Hopla. Yes. 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 Ah, komm schon. Ein bisschen spät, hm? Blinken. Ah. Kann doch nicht sein, Mann. Das wär gut. Schau, Mann. Let's go now. Hm. Ups. Fuck. Aaaaah. Mh. 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 Ah, fuck off. Ehh, schade, dass ich den... ...äh, dass ich den eh nicht heilen konnte. Oh, naja. Oh, stimmt. Hart. Das ist nämlich das einzige, was denen fehlt. Schade, sich der Schaden. Ah. Oh, ja. Schade. 1 so 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 funktioniert das. They are coming back. Oh, shit, 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 lass mich da raus. Wieso? Dang it. 1, 5, 5. Hier hat man noch eine echte Chance zu gewinnen. Nicht schlecht. Oh. Komm schon. Da sind ja nicht noch mehr von denen. Oh, stimmt, ich hab hier eins gesteckt, ne? Oh. 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 Okay, zusätzlich noch? Oh nein. Das ist die Waffe, da ist die Waffe. Komm schon. Was denn hier? Nja... Nja... Hm. 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 Da hängt man. Falls ich die nicht... Na gut. Noch ein bisschen fürs Heart. Und dann haben wir doch alles beisammen. Ich hätt' vielleicht weiter angreifen sollen. Wird man den vielleicht noch bekommen. Zwei, sechs, sieben. Vom PA, die einfach alles zermatscht. Oh, schon Level 25. Hm. Nevermind. Ich sollte danach vielleicht für Manta-Style gehen. Klingt bescheuert, aber Manta-Style ist eigentlich geil mit Radiance und... Hm. 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 Das wär' eigentlich... ...nicht schlecht. Das wär' eigentlich nicht schlecht. Hm. Hm. Das wär' eigentlich BKB hot. Hm. Hm. Invisitant. Flanking. Smite. Rappel already? We'll see. Hm. We're back. The enemy middle barracks. Just outside. We're back. We're back. We're back. Hm. Komm schon. So. Hart. Bin ich denn hier? Hm. Okay. Ähm. So flesurig. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä. So, ein Schlüssel. Den werde ich mir aufheben. Der ist raus. Der ist raus. Und die Tür öffnet sich. Schön. So krass einfach. So krass. 11.000. Fast. Die Kälte. Die Kälte. Die Kälte. Die Kälte. Mit der Taste. Damn. He, hä, 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 hä. He, hä, hä, hä. Die Kälte. Hä, 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 hä. So, Schaden. 11.000. Das war mehr als in meinem letzten Spiel komplett. Ja gut, das ist ja dann eh für den Arsch. Ja, also anscheinend... Geht's auf ins nächste Turbo. Also sehen wir uns im nächsten Turbo. Und dann sehen wir uns im nächsten Turbo.